Jo Leute, willkommen hier zu nem neuen Video. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier Render sieht oder nicht, aber ist ja egal, denn ich wollte euch nochmal einfach eine Stream-Ankündigung geben für die ganzen Streams hier, also Stream-Ankündigung für die nächste Woche. Ich werde auf jeden Fall am Freitag heute, am Freitag, den 30.06.23, werde ich heute um 19.30 bis 21.15 spätestens streamen oder auch frühestens, ich weiß nicht, wie lange das geht. Ja, ich werde dann halt streamen und für die nächste Woche am Montag um 19.00 bis 20.30 Uhr und am Dienstag dann um, ich bin mir nicht ganz sicher, 18.45 bis 20.00 Uhr geht der Stream am Dienstag. Und dann halt am Freitag noch geht der Stream um 16.30 frühestens, wenn ich dann noch schaffe, das zu machen. Ja, Leute, ich nehme mir gerade die Stream-Ankündigung auf und ja, also das wird auf jeden Fall eine mega coole Stream-Woche. Also es ist jetzt nur für die Woche, nicht für immer, Leute. Also es ist jetzt bloß so für die erste Woche des siebten, also des Julis, also erste Juli-Woche, habe ich jetzt bloß mal hier gemacht, weil ich kann eigentlich in der Zukunft irgendwie für Dezember schon planen oder so, Leute, das geht leider nicht. Ja, denn ich habe jetzt auch einen neuen Streaming-Channel, der heißt Runix Live. Ich kann ihn ja vielleicht mal verlinken in der Beschreibung und ich werde auf meinem normalen Channel die Links zu meinem Stream senden. Also ich weiß noch nicht, ob, aber mal schauen. Kann ich ja einen Community-Tab senden. Ja, Leute, würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei wärt. Und ja, wir haben jetzt auch schon die 158 Abonnenten, also 160 sind fast dran, knapp. Also wir können wirklich einen Schritt zu den 200 machen. Also es wäre wirklich ganz gut. Ja, genau, kommen wir mal vom Thema Abonnenten ab. Ja, das ist ja die Streaming-Ankündigung. Schaut bei Runix Live vorbei. Ihr könnt es auch, glaube ich, eigentlich in der Suchleiste eingeben. Ja, ich kann ja auch nochmal die Beschreibung hier verlinken, falls ich es nicht vergesse. Und ja, Leute, das wäre es dann eigentlich mit dem Video schon wieder gewesen. Ich melde mich jetzt nicht mehr von meiner Seite. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren, liken, Glocke, trüren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr von mir. Ja, dann sehen wir uns später im Stream wieder. Ich freue mich, Leute. Bis dann!